Es gilt weiter, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, weder in direkter noch in indirekter Form. Die Situation, wie sie durch die Wahl des FDP-Kandidaten Kemmerich entstanden ist, hat sich in den letzten Tagen gewandelt, dadurch, dass Kemmerich seinen Rücktritt angekündigt hat. Jetzt geht es darum, schnell für stabile und klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. Wir sind nach wie vor im Präsidium der Meinung, dass Neuwahlen dafür der klarste Weg sind. Wenn ich allerdings die Äußerungen von SPD, Grünen und Linken mit einem Ultimatum zur Vertrauensfrage richtig wehrte, bedeutet das, dass das Signale sind von Rot-Rot-Grün, dass von deren Seite offenbar keine Neuwahlen gewünscht sind. Für die CDU Deutschlands und die CDU Thüringen gilt weiter. Erstens, von der CDU gibt es keine Stimme für einen Kandidaten der AfD oder der Linkspartei. Zweitens, von der CDU gibt es keine Stimme für einen Kandidaten, der auf Stimmen der AfD angewiesen ist. Drittens, Bodo Ramelow hat offensichtlich keine Mehrheit im Thüringer Landtag. Viertens, wir erwarten, dass es eine Bereitschaft von SPD und Grünen gibt, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren, der oder die als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin nicht das Land spaltet, sondern das Land eint. Die CDU ist zur konstruktiven Mitarbeit bereit. Sie hat bereits Projekte definiert, auf deren Grundlage eine konstruktive parlamentarische Sacharbeit im Interesse des Landes möglich ist. Sechstens, wenn der Versuch scheitert, innerhalb des Parlamentes und unter Wahrung der jetzt eben genannten Grundsätze der CDU, stabile Verhältnisse zu erreichen, sind Neuwahlen unausweichlich. Soweit der einstimmige Beschluss des CDU-Präsidiums heute. Vielen Dank. Wir haben Zeit für drei Fragen. Herr Mayer zuerst. Frau Kramp-Karrenbauer, hatte Mike Mohring gestern Abend bei der Krisensitzung seinen Rücktritt angeboten? Also Mike Mohring hat gestern, solange ich bei der Sitzung dabei war, das war bis circa 1 Uhr der Fall, mit Blick auf seinen Fraktionsvorsitz klar erklärt, dass er einen Rücktritt in Aussicht stellt, dass er über ein Verfahren reden will, dass es ihm auch eine gewisse Zeit gibt, das selbstbestimmt und selbstbewusst auch zu tun. Das war der Stand 1 Uhr. Wie die weitere Debatte gelaufen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Frau Vatis, bitte. Frau Kramp-Karrenbauer, wie ist es mit der Möglichkeit einer Duldung einer von der Linkspartei geführten Regierung? Und würde die CDU in einem wie auch immer dann zustande gekommenen Regierung und Landtag inhaltliche Anträge durchbringen können oder wollen oder dürfen, bei denen die AfD mitstimmt und bei denen die AfD vor allem ursächlich dann dafür ist, dass diese Anträge angenommen werden? Also die CDU hat ganz klar erklärt und einstimmig auf einer Klausurtagung 22 Projekte definiert, die im Interesse des Landes liegen, die auch auf der Grundlage des CDU-Wahlprogramms und der CDU-Programmatik sind, dass sie für diese 22 Projekte bereit ist, in einer konstruktiven Mitarbeit auch für parlamentarische Mehrheiten mitzusorgen. Sie hat aber auch ganz klar gesagt, sie wird sozusagen nicht in eine Regierung eintreten und auch sonst in keiner Form mit Linken zusammenarbeiten. Herr Wittig, bitte. Herr Wittig? Ach so. Wenn diese Anträge dann abgestimmt werden und nur durchkommen, wenn die AfD dem zustimmt, ist das dann was, was die CDU vertragen kann oder nicht? Bei diesen Anträgen, die ich eben formuliert habe, sind das Anträge, von denen man ausgeht, dass sie auch von einer möglichen Minderheitsregierung Rot-Rot-Grün mitgetragen werden können. Darüber haben ja Gespräche auch stattgefunden. Darauf beziehen sich diese 22 Projekte. Herr Wittig, bitte. Wir haben eine aktuelle Forsa-Umfrage für RTL und NTV erhoben und wir sehen darin, dass die CDU 10 Prozentpunkte verliert. Sie verlieren so viel wie keine andere Partei. Nicht mal die FDP wird hart abgestraft. Was für Schlüsse ziehen Sie daraus und wie bewerten Sie das? Ich ziehe den Schluss daraus, dass in der Frage, wie es zu dieser Wahl von Herrn Kemmerich gekommen ist, eine ganze Reihe von Fehler gegeben hat. Der erste Fehler lag bei Rot-Rot-Grün und lag bei Bodo Ramelow, der aus der Situation einer verfassungsrechtlich abgesicherten geschäftsführenden Regierung in eine Wahl gegangen ist, obwohl er wusste, dass er keine parlamentarische Mehrheit hat. Er hat damit auch den Raum für die taktischen Spielchen der AfD gelassen. Der zweite Fehler lag darin, dass die FDP einen Kandidaten aufgestellt hat, ob mit oder ohne Duldung der FDP-Spitze, muss dort beantwortet werden. Und der dritte Fehler, und das haben wir sehr deutlich gesagt, lag auch darin, dass die CDU in Thüringen entgegen der klaren Empfehlung der Bundespartei und entgegen auch der klaren Aussage, dass wir diesen Kurs nicht mittragen, diesen Kandidaten unterstützt hat, obwohl eigentlich allen hätte klar sein müssen, dass es Gelegenheit gibt, für die AfD ihre Spielchen zu treiben. Und die Umfragen jetzt sind genau auch das Ergebnis und die Antwort auf diese Verhaltensweisen im gesamten Parlament. Und die letzte Frage an Herrn Delfs, bitte. Frau Kramp-Gammer, es gibt ja auch aus Ihrer eigenen Partei Kritik an Ihnen direkt. Herr Kuban und Herr Linnemann werfen Ihnen da mangelnde Führung vor. Sehen Sie da Fehler bei sich? Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Und wenn ich noch nachfragen darf, jetzt mit Blick auf das Koalitionstreffen am Samstag, sehen Sie jetzt soweit die Sache durch diese Beschlüsse des Präsidiums heute entschärft? Oder erwarten Sie da noch größere kontroverse Diskussionen am Samstag? Also zur ersten Frage. Ich habe heute im Präsidium noch einmal sehr deutlich gemacht, wo wir in den letzten Wochen gemeinsam als Führungsgremium der CDU im Präsidium Beschlüsse gefasst haben, die von allen mitgetragen werden. Das ist der klare Beschluss, dass unsere Unvereinbarkeitsklausel des Bundesparteitags, was die Zusammenarbeit mit Linken und mit der AfD anbelangt, uneingeschränkt gilt. Das ist vom gesamten Präsidium und vom gesamten Vorstand, insbesondere auch vom Vorsitzenden der MIT, so mitgetragen worden. Dass zum Zweiten es insbesondere in Gesprächen mit dem Landesvorsitzenden und dem Fraktionsvorsitzenden in Thüringen nicht nur Gespräche von mir, sondern auch Gespräche der Bundeskanzlerin zum einen gelungen ist, deutlich zu machen, dass die CDU keinen eigenen Kandidaten stellen wird, um überhaupt nicht die Möglichkeit zu bieten, sich von Stimmen der AfD abhängig zu machen. Dass zum Zweiten diese Frage der Definition von 22 Projekten, für die man bereit ist, im Interesse des Landes auch parlamentarisch zusammenzuarbeiten, zusammenzuarbeiten, dass das eine Linie ist, die nicht nur die Bundespartei vorgeschlagen hat und mitträgt, sondern die auch einstimmig in Thüringen so mitgetragen wird, dass auch die klare Empfehlung, sich in den Wahlgängen der Stimme zu enthalten bzw. Bodo Ramelow auch abzulehnen, dass dies in den ersten beiden Wahlgängen auch befolgt worden ist. Der einzige Punkt, an dem die CDU Thüringen sozusagen von den Empfehlungen der Bundespartei abgewichen ist, war dieser dritte Wahlgang. Dazu habe ich meins auch eben deutlich gesagt. Dankeschön. Vielen Dank. Also eine Frage, Koalitionsausschuss. Es wird aus meiner Sicht, ich trage die Verantwortung für die CDU, darum habe ich mich in den letzten Monaten, Wochen und insbesondere auch in den letzten Stunden bis in die Nacht hinein sehr intensiv gekümmert und das Präsidium hat diesen Kurs ja heute auch eindrücklich mitgetragen. Morgen wird es vor allen Dingen darum gehen, dass die SPD die Frage beantworten muss, wie sie die Verantwortung in Thüringen wahrnimmt, ob sie bereit ist, einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, der sicherstellt, dass nicht wieder jemand antritt, der erkennbar im Thüringer Landtag keine Mehrheit hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Soweit also die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz zusammengefasst. Man hat nochmal beschlossen, dass keine Zusammenarbeit mit der AfD und mit der Linken möglich ist und Mike Mohring wurde hier im Präsidium sehr zusammengefaltet. Das hat Annegret Kramp-Karrenbauer eben so beschrieben. Die Thüringer CDU hat an einem Punkt nicht dem, ist an einem Punkt nicht dem gefolgt, was wir von ihr verlangt haben, nämlich am Mittwoch bei der Abstimmung. Aber das war ja genau die entscheidende Abstimmung. Dort mit der AfD gemeinsam einen Ministerpräsidenten zu wählen. Annegret Kramp-Karrenbauer, muss man sagen, hatte im Vorfeld Mike Mohring und die Seinen davor gewarnt. Die haben das aus welchen Gründen auch immer nicht für voll genommen. Und die Folgeschäden hat jetzt die gesamte Partei. Gerd, und das wollen wir ganz klein bisschen noch etwas näher beschauen. Vor allen Dingen auch die Akteure, wie sie aus dieser Sitzung, die man wahrscheinlich gut und gern als Tribunal bezeichnen kann, und für wen, das haben Sie gerade schon gekennzeichnet, was sozusagen daraus folgt. Punkt eins ist ja auch, dass neben Mike Mohring, der sozusagen da eine deutliche Kante bekommen hat, auch Frau Kramp-Karrenbauer nach ihrer erfolglosen Dienstreise nach Erfurt offenbar jetzt nicht mehr so gut dastand wie vorher. Na, sie ist vorher schon kritisiert worden, am gestrigen Tage, von interessierten Kreisen. Das ist ja kein Geheimnis, dass es auch in der CDU natürlich immer um die Frage geht, wer soll es denn nun eines Tages machen? Und dass Annegret Kramp-Karrenbauer die gesamte Partei hinter sich versammelt hat, das kann man so nicht sagen, wenngleich sie beim Parteitag die Vertrauensfrage gestellt hat und niemand hat da rebelliert. Aber natürlich sind interessierte Kreise immer wieder da, die solche Gelegenheiten nutzen, um Kritik zu üben, das ist das eine. Und das andere ist in der Tat so, Mike Mohring wurde hier also heftigst kritisiert und insofern muss man jetzt mal abwarten, wie es mit ihm weitergeht. Er selber hat ja heute Morgen nicht ganz klar dazu Stellung genommen. Offensichtlich scheinen die Gremien in Thüringen im Mai entscheiden zu wollen. Das bedeutet, dort wird wohl seine Zeit dann auslaufen. Wie stringent, Sie haben ja heute Vormittag auch mit ihm am Interview führen können, wie stringent ist denn seine Argumentation über das Agieren in den letzten Tagen, Wochen und Monaten? Es ist ja auch dieser Brief von Herrn Höcke an Ihnen bekannt geworden. Ist das noch plausibel, so wie er agiert? Ich würde sagen, bis zum Mittwoch war alles plausibel. Die Begründung, warum man Mittwoch so gestimmt hat, die hat mir nicht ganz eingeleuchtet. Letzten Endes war er der Fraktionschef, es war die klare Order aus Berlin. Er hätte seine Fraktionskollegen anhalten müssen, sich zu enthalten. Es gab ja eine Enthaltung, wenn man ihm heute Morgen zugehört hat und wenn das alles so stimmt, wie er es gesagt hat, dann war er die Enthaltung. Aber als Fraktionschef hätte er natürlich wissen müssen, dass das nicht reicht, sondern dass er seine Fraktion daran hindert, gemeinsam mit der AfD einen Kandidaten zu wählen. Auf der anderen Seite ist hier der Buhmann am heutigen Tage. Aber die CDU macht einen Fehler, wenn sie glaubt, dass diese Beschlüsse keine Zusammenarbeit mit Linken und keine Zusammenarbeit mit der AfD die Gesamtpartei irgendwie weiterbringt. Denn vor allen Dingen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland wird sich die Frage nach Mehrheiten immer wieder stellen. Und es ist ja schon ein bisschen dubios, dass die CDU hier durch die Blume, vorhin haben es einige Teilnehmer wörtlich zu uns gesagt, im Grunde genommen die anderen Fraktionen im Thüringer Landtag auffordert, jemanden anders zu benennen als Herrn Ramelow. Man denkt wohl hier an Wolfgang Tiefensee, den SPD-Mann, den man dann mitwählen könnte. Aber wie das nun gehen soll aus politischer Erfahrung, dass die stärkste Fraktion mit einem erfolgreichen Ministerpräsidenten, der in der Tat keine Mehrheit hat, nämlich Bodo Ramelow in Thüringen auf die Beine bringen können, aber wie das gehen soll, dass diese stärkste Fraktion auf ihren Mann verzichtet, das weiß ich nicht und das hat es im politischen Umfeld so ja auch nicht gegeben. Das sind immer wieder verzweifelte Versuche von unterlegenen Fraktionen, doch noch Bewegung reinzubringen. Aber in der Tat muss sich auch Rot-Rot-Grün in Thüringen fragen lassen, wie das Ganze denn dort weiter regiert werden soll. Vielen Dank.